Mädel, ich bin gerade am Paket öffnen von Merlin. Hab ich mir so gedacht, ne? Merlin hat uns ein Pfeffer hier geschickt. Der kommt übrigens aus Schnakenbeck. Oder Schakenbeck. Irgendwie so. Ähm, ja, gut. Gucken wir mal, was wir uns haben, ne? Bin ja gespannt. Oh, Gummibärchen. Fresspaket. Fresspaket, Junge? So, guck mal. Oha, Frau. Das ist schon wieder was für dich. Was für mich da so. Echt mal mit dem Zettel mal anfangen. Oh. Fangen wir erst mal mit dem Zettel an. Da sind viele Autototitel drin. So, guck mal, wo haben wir denn schönes hier? Lieber Max, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, Externe. Aber in der Kiste sind hoffentlich ein paar Sachen, die du gebrauchen kannst. Mit freundlichen Grüßen, Merlin aus Schnakenbeck. Nicht Schaken, Schnakenbeck. Okay, danke dir erst mal dafür, ne? Hauen wir mal an. Das ist denn irgendwas für dich? Gute Schoki, danke schön. Altenmilchschoki. Das fang ich mal rein. Pico Ballast, geil. Das ist genauso geil wie Apfelringe. Ja. Die liegen doch im Firebird. Denk dann raus und hauere mal rein. So, ach du Scheiße. Lass mich mal eben kurz gucken. Da müssen wir, das sind Trabi-Teile zum Teil. Eine Schruppscheibe. Äh, eine, eine, ja, Dinsen-Scheibe hier. Schleifscheibe. Geil. Kann man nur gebrauchen für das Lackieren jetzt. Trabi-Blinker. Gummi. Trabi-Blinker-Kappe. Ein Relais von GM. Irgendwie Opel oder sowas. Geht wieder weiter. Mach mal auf. Gucken wir mal wieder. Lichtmaschine Trabant. Geil. Weißt du warum? Das Rad bei den, bei, bei den Taxi ist kaputt. Dann kann ich da draufbauen mit einer Lichtmaschine. Sehr schön. Ist auch schon rausgebogen da. Sexscheiben. Trennscheibe. Trennscheibe. Metall. Trennscheiben Metall. Trennscheiben Metall. Steinscheiben sind da auch bei. Uhu. So, gucken wir mal. Boah, haben wir. Was ist das denn? Rostschutz. Fluidfilm. Siehst du? Mhm. So ein Werkzeug. Riech mal, riechst du da? Da riech'n nach faulen Eiern, ne? Mhm. Riech'n ja auch immer so. Haben wir noch Werkzeug? Außer in dir die... Uah, Rauk, lass schon mal rein, das Zeug. Aber, Alter, steht mal Fenster auf. Ja, okay. Gut. Kann ich gerne machen, Frau. Hier. Ein 8er Flüssel, also DDR. Hm, oh ja. Tragsäglich. Oh, nicht. Das ist originales Trabant-Werkzeug. Hier ist der Rest von dem Trabi-Blinker. Mhm. Das hier ist 8 Zylinder. Ne, V6. 6 Zylinder. Ist ja auch GM, oder nicht? Aber das ist eine Verteiler-Kappe, die war schon mal gerissen. Und die ist mit Silikon abgedichtet worden. Ja, Mensch. Außer die ist nix dabei. Die ist gar. Ne, aber die ist lustig. Wahrscheinlich sind die Funke rübergesprungen von dem Ding. Äh, haben wir noch? Haben wir noch? Das ist Vergaser. Hab ich gestern erst nach Hause gehabt. Trabant. Das ist Restvergaser-Trabant. Das ist noch mehr Trabant. Das Schwimmer fehlt aber. Das ist die Schwimmerkammer vom Trabant. Die setzt du hier drauf. Verdichtung inzwischen. Ne, das ist Schwimmer drin. Und das haltet er ab. Hier ist die Hauptküse. HB, also 28 HB3-Vergaser. Den hab ich noch gar nicht. Das ist immer eine Sammlung. Da ist ja drauf, dass das Schaubung war. Ist noch mehr bei von dem Ding? Ne, und diesmal bist du... Komm, diesmal gehst du noch mit Leer auf. Ja, diesmal gehst du Leer... Hallo, ja. Ja, hier. Deine Verteiler-Kappe. Ja. Schön ölig, lecker. Ja, gut geht's. Guck selber da rein. Guck, da ist diesmal nichts für dich. Nein, heute nicht. Diesmal leider nicht. Tut mir leid. Ja. Kann aber nicht immer sein, ne? Aber diesmal kann man gar nicht verbrauchen. Aus. Gibt mir mein Flinker wieder. Aussitze. Gut, jetzt. Hier. Motorhaufenhalter-Kurke. 100%ig. Ich baue immer noch einen von. Ich hab von neun gekauft. Aber der ist auch nicht so geil. Weil der hat nämlich kein Spiel. Ich bin auf jeden Fall in Ehrengehalt. Den brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir hier noch. Ein Blinker. Mercedes C-Klasse? Was ist das? W116. Ne, das ist ja keine C-Klasse. Ist das ein 190er Mercedes? Stell mal so ein Auto daran vor, Frau. Ich weiß es nicht. W116 weiß ich aus dem Kopf echt nicht. Ich gucke mir mit der Mercedes nicht so gut aus. Rechte Seite. Blinker. Gucken wir mal. Haben wir da noch? Ne Kerze von Bosch. Die geht, glaube ich, in Trabi rein. Bin mir nicht ganz sicher. Zündkabel. Trabi. Immer ein Arsch. Aber warte mal. Das ist ja mit der Kerze auch wieder ein bisschen. Ja doch. Geht aber. Kannst du nehmen. Geil. So ein Kabel, Trabi, Trabi, so ein Kabel sind immer Mangelware. Haben wir hier noch ein Chrom-Dreieck für Mercedes. Keine Ahnung was. Illuminaten können wir das Mercedes-Benz verbauen. Ne, oder? Und jetzt haben wir noch ein Schiffzug hier. Trabant. Haben wir auch noch. Yay. Die ist ja. Jo, das war's. Mehr haben wir nicht. Auf jeden Fall sind da Teile dabei, die ich gebrauchen kann. Gut. Die ist gar. Die sind aber noch. Ist das Ford oder was? Weil die auch für die verschraubt werden. Siehst du das? Die müssen gewinnen. Bei Ford, bei GM werden die gestärkt eigentlich. Und die ist eh gebrochen. Die können wir nicht gebrauchen. Aber der Rest ist super. Ne? Gut. Den werden wir wahrscheinlich auch nicht verbauen können. Aber der kommt erstmal auf Lager. Auf Zweifel erstmal. Ist man immer so. Dafür brauchen wir eine Verwendung für. Lüfterrad-Lichtmaschine. Sehr gut getroffen. Wie gesagt. Das passt auch immer auf jeden Fall. Äh. Trabant-Blinker. Eventuell auch. Weil ich die Dinger nur einen Chrom habe. Und der ist so ein bisschen ausgeblichen. Denn der sieht halt nicht so extrem auf. Nicht mal Austrausch. Scheiben sowieso für Fleißteile. Zündkabel auf jeden Fall. Frau ist ihre Schurki. Jo. Großen und ganzen Ast. Reine Sperpocket. Da sagen wir, du willst. Komm mit arbeiten. Ich danke dir auf jeden Fall, Merlin. 100%ig. Und Vergaser. Gut. Den werden wir wahrscheinlich nicht mal in ein Stück bringen. Wie ist er denn? Kommst du, wenn du hier reinpustest. Da hast du das Ventil hier. Hier läuft der Sprit rein. Hast du diese Schwimmerkammer. Die läuft voll mit Sprit. Da oben ist die Hauptdüse. Ne? Und dieses Ventil hier. Hängt hier runter. Und wird durch diesen Schwimmer mal zugedrückt. Und wenn zugedrückt. Das ist folgendes Phänomen. Jetzt pust du hier mal rein. Ist offen. Dann geht der Schwimmer hoch. Drückt dieses Ding rein. Ist dicht. Also ist nicht kaputt. Also schon ein Ersatzteil, das wir auf jeden Fall gebrauchen können. Das haben wir eben so erklärt. Deswegen. Und so geht der zu. Und das verhindert halt zu sagen, dass der Vergaser Überläufer dieses Ventil immer zumacht. Und ist mir in der Kiste dabei. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Geil, das Hempel geht. Danke, Merlin. Ja, sonst legt euch hin. Und bis die Tage. Und ja, munter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.